So, 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 YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Geotastic. Wir wollen ein paar Runden Geotastic machen, genau gesagt fünf, dabei versuchen die maximale Punktzahl zu erreichen, das heißt es kann sehr lange dauern, zum Beispiel 165 Minuten in Indonesien. Wir werden mal gucken, was wir so schaffen und ich würde sagen, wir lassen uns endlich viel Zeit bei den fünf Runden und starten mal rein und werden Spaß haben oder auch nicht. Und vielleicht entdecken wir das ein oder andere interessant am Wegesrand, bisher schon oft passiert, in den Shorts könnt ihr das nachsehen. Wo geht's zuerst hin? Ich sag Peru heute. Oh ne, das ist nicht Peru, das ist Monaco oder sowas. Monte Carlo Casino, ja, okay. War jetzt nicht so schwer. Wir fahren aber natürlich ein bisschen rum. Und im Chat geht's schon hoch her. Normale Mant hat zum Beispiel Probleme. Er möchte sich eine Kassette für seinen Fahrer kaufen, das sind die großen Zahnkränze. Wahl zwischen Original Shimano und Minderwertigere. Shimano günstiger, nee, teurer leicht, aber leichter, die anderen teurer. Ich könnte jetzt eine andere Kassette kaufen, kommt aber mit 40 Euro, 15 Euro günstiger, die wiegt 450 Gramm. Na ja, wenn dir das Gewicht wichtig ist, dann lieber die 5, äh, was sind 15 Euro? Klar kann das viel sein, aber ich find, das wär dann am falschen Ende gespart. Andererseits, wenn das Fahrrad draußen steht, würde ich mir ein No-Name holen, weil Shimano wird dir sonst sofort, äh, abge-, abge-, äh, klaut. So, also wir stehen vor dem Garde Monaco, ich glaub, den find ich direkt, oder? Da muss ich jetzt nicht doch weiter rumfahren. So, Monaco, wo bist du? Er hört immer auf beim Ranzoom, mir genau zu sagen, wo Monacos Umrisse sind. Da. Garde Monaco, Garde Monaco, Garde Monaco, Garde Monaco, Cirque du Monaco, nee. Hier müssen ja irgendwo Schienen kommen. Monaco, Monte Carlo. Was ist das, Bus? Eigentlich kann's ja nur hier sein, oder? Die haben keinen anderen Bahnhof. Also werden wir genau hier stehen. Interessant, dass es aber anders heißt als, äh, da. Und wir stehen wo genau? Wir sehen auf das Ding und an diesem komischen Geknubbel hier, das ist eindeutig, an der Abfahrt, die wieder rumführt. Wir stehen also dort, finish, ein Meter. Jawoll, das war doch gut. Damit geht's in die zweite Runde. Kommt, Indonesien. 120 Minuten, hätte ich richtig Bock gerade drauf. Hm. So, vom ersten gucken... ...würde ich schon Richtung Irland tendieren. Oder Osteuropa, wobei die Sachen eher dann Richtung Serbien oder Dings runtergehen, aber die Straßen passen dann noch nicht so ganz. Schafe. Mhm. Schöne Landschaften. Aber wir haben Bäume. Nähe, steckgeschützt drinnen, sagt normale Mensch, das Fahrrad. Hm. Dann würde ich doch sagen, lieber die Shimano-Dinger für 15 Euro holen. Außer 15 Euro bedeuten für dich, drei Monate irgendwas anderes ersparen. Dann natürlich das Günstigere nehmen. Also, es ist immer eine Frage, bin ich bereit, Qualität zu zahlen? Und, ich meine, sei mir mal ehrlich, die Guten halten genauso lange wie die Schlechten. Und ob du dir dann alle sechs Jahre drei holst oder alle zwei Jahre zwei, äh, alle sechs Jahre zwei, am Ende kommst du dann durch den Mehrpreis auf denselben Preis raus. Also, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Einstellung, sag ich mal. Auf jeden Fall super schöne Landschaft, nicht? Richtig hügelig. Gefällt mir extrem. Es gab, äh, kein Witz, es gab eine Zeit im Laden, einen Cent gefehlt. Es ging um eine dumme Packung Nudeln, 37 Cent. Ich hatte nur 36 bei Lidl. Und du hast die Nudeln nicht bekommen. Ja, vor allem bei einem Cent. Die haben doch immer in der Kasse diesen einen Ausgleichscent rumliegen. Der dann manchmal sich einfach durch Berechnungen ergibt, den die theoretisch einsetzen könnten bei sowas. Aber klar, da musst du immer die richtige Person da sitzen haben. Aha, also wir wissen schon mal nicht Europa. Schon mal wichtig. Das heißt, wenn wir nicht in Europa sind, das könnten euch, von wann sind denn die Bilder? Okay, dann steht's auf dem Boden. Da. 2023. Mhm. Dann könnte das Nordirland oder sowas sein. Oder Isle of Man. Da ist teilweise aber noch nur europäisches Kennzeichen. Könnte auch eine der Kanalinseln sein. Aber dafür ist die recht weitläufig hier. Hm. Church Wind. Coole Kirchen. Okay, wir müssen eine große Straße anschleuern, nicht? Und dann haben wir's. Aber hier auch. Boah, ey. Aber ich sag euch hier immer der Trick. Ihr denkt immer, ihr würdet gerne in sowas wohnen, nicht? Boah, geiles Haus, da will ich drin wohnen. Wenn ihr in diesem Haus wohnt, dann guckt ihr auf diesen Scheißhaufen. Der Trick ist, nicht die Millionen dafür auszugeben, sondern dafür, 100.000 auszugeben, da drin wohnen und auf dieses schöne, geile Ding raufzugucken jeden Morgen. Hm. Das ist der Trick. Nicht das teure kaufen, das günstige kaufen, was auf das teure guckt. Five-Hat-Move. Kauf das günstige. Siehste? Normale Man. Kauf das günstige. Du hättest lieber das Schloss. Ja, aber was hilft es dir, wenn du auf die Scheiße hier guckst? Dann musst du die Scheiße auch aufkaufen und renovieren, sodass es aussieht wie hier hinten. Aber stell dir mal vor, du wachst morgens auf und guckst hier auf diesen braunen Bratzhaufen. Ich mein, das ist immerhin das Sizzle Cottage. Okay, also Irland, nicht? Cottage? Café Cloud Gallery. Ich möchte in den Turm ein Bett mit einer runden Matratze. Das ist schon geil, ja. Also ich muss sagen, wenn ich ein Haus hätte, hätte ich auch gerne so einen Erker-Vorstand, so ein Türmchen irgendwie. Oder so Fenster, die nach außen zur Straße gehen, wo dann so ein Brett ist, wo man dann so Kissen reinlegen kann, dass du da quasi sitzen kannst. Finde ich sehr, sehr geil, aber unbezahlbar für mich. Irgendwo stand hier doch gerade was. Da. Sutton's Dock Grooming. Hier ist eine Karte. Parish of Stoke Community, Ukraine. Hm, nee, hilft auch nicht. Dann brauchen wir eine Straßennummer. Villageshop? Aber das ist ein schönes Dörfchen, nicht? Also so zum Besuchen, wenn man da Urlaub macht, da ist doch ein Straßending. Die B6362. Also die B-Nummern sind eigentlich Südengland, nicht? B, irgendwas ist doch hier unten. Bei Exeter. Aber wo genau? Die hatten teilweise hier drauf so eine doofen Bezeichnung, denn da ist die B3100. Okay, hier ist 3000. Was ist auf der Seite? B3000 auch noch. Okay. B3000, B3000, Lorda. Ich weiß auch nicht, wo Lorda liegt. Ich gucke mal hier oben, wie hier die B-Bezeichnungen sind, wenn die welche haben. Aber anscheinend haben die hier keine. Ne. Bei dir ist chronisch dunkel. Naja, gut. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als wenn draußen dunkel ist. Vielleicht denn doch eher Schottland mit den B-Nummern, aber die waren da, glaube ich, genau, die sind nämlich kleiner. Dann müssten wir vielleicht genau hier in der Ecke irgendwo rumdunzeln. B3300 auch noch. Hm. Und auf der Seite? A. Hm. Die haben hier gar keine B-Nummern. Oder manchmal gibt es so leerstehende Bahnhäuschen. Oh, die gibt es ganz oft. Ähm. Da kann ich einige zeigen, oder habe ich schon gezeigt, wo wir mit dem Rad rumgefahren sind. Ähm. Weil hier ganz viele Züge ja stillgelegt wurden. und die wurden dann zu Radwegen, die schienen. Und dann hast du natürlich immer diese Häuschen. Äh, das eine hätte ich mir gerne gekauft, nicht, aber das hat jetzt jemand anderes gekauft. Und da steht auch ein alter Lok dann auf, äh, im Garten. Richtig cool. Ähm. Wird wahrscheinlich ein Ausflugslokal. War aber noch nicht fertig, als wir letztes Mal da waren, vor sechs Wochen oder so. Ähm. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal lang. Ich glaube, das VOD ist nicht mehr dazu online. Aber ja, müssen wir eh nochmal lang. Sofern das Wetter mitspielt, schaffen wir es sogar dieses Jahr nochmal. Also. Das Jahr ist zur Hälfte quasi rum. Und jetzt sehr viele Gewitter immer am Wochenenden. B2000 ist hier. Hm. Na, wartet mal. Ich guck doch mal auf die Kanalinseln. Was haben die denn hier? Na, die haben nur A10 und sowas, nicht? Die hatten gar keine B-Nummern. Lelandis? Haben die einen Lorda? Egypt haben die hier. Hm. Ich glaube, wir brauchen noch eine größere Straßennummer. Ja, die haben sowas wie B6000, nicht? Isle of Man. Können wir auch nochmal gucken, aber die haben eh nur ihre A irgendwas, nicht? Hm. Vielleicht in Wales. Guck ich hier nochmal. Die haben auch alle A. Wenn ich könnte und wenn es welche zum Verkaufen gäbe, da geht's eher los. Hier 4000. Ähm. Die zu kaufen zu bekommen. Okay, warte mal. Dann ist hier vielleicht 6000. B1000. Aber ja, das wäre eh alles nicht bezahlbar für uns normale Menschen. Da musst du schon im Lotto gewinnen. B1000. Ne. Wir reisen mal ein bisschen rum, dann finden wir schon was. Mir würde es halt verreichen unten Wohnzimmer, Küche, oben Schlafzimmer und Bad. Lass es 100 Quadratmeter sein, was schon verdammt viel ist. Ja, man darf auch immer nicht vergessen, nicht 100 Quadratmeter muss man dann auch erstmal wieder sauber machen die ganze Zeit. Gottes Love. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Schöne alte Brücke. Oh, und da steht irgendwas. Können wir das lesen? Natürlich nicht. Schade. Cloudhouse, T, Glassshield Roads, hm. Stell dir vor, du hast ein Haus mit sechs Zimmern. Ich finde gar nicht, ich finde auch 80 Quadratmeter mit sechs Zimmern gar nicht verkehrt. Ich finde, man hat heutzutage viel zu große Räume teilweise. Also, wir haben auch zwei Räume, die sind einfach so groß, die sind einfach leer und unnütz. Ähm, da, da, ich hätte lieber in dem Raum hier zehn Quadratmeter mehr, oder fünf, so dass er auf elf Quadratmeter oder was kommt, dann, dann könnte ich hier nicht die Wand vor und hinter mir antatschen, nicht? Und meist stehen sie eben leer. Naja, das ist ja sogar gewollt, dass die Häuser leer stehen, nicht? Ähm, weil das Spekulationsobjekte sind und irgendwann ist es mehr wert oder, na, das ist halt irgendwie alles blöd. Aber so ist die Welt heutzutage nun mal. Meine Wohnung hat 50 Quadratmeter, ein Zimmer, ist mir zu groß. Meine erste Wohnung hatte auch ein, ein Zimmer eigentlich, eigentlich zwei, aber der Vormieter hat die Wand rausgenommen, was sehr geil war. Ähm, ich hatte eine recht große Küche, ein Minibad, aber es war gut. Und, was ich nie wieder haben möchte, sind innenliegende Bäder. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Innenliegende Bäder mit so einer kleinen Entlüftung immer Schimmel. Egal, es ist so nervig. Da kann man noch so viel lüften und entwässern und trocknen. Alle drei Jahre darfst du da den Schimmel irgendwie entfernen. Im Silikon oder in anderen Dingern. Weil die Entlüftung einfach nicht reicht. Also, wer innenliegende Bäder cool findet, nee, weiß nicht, sollten verboten werden in meinen Augen. gibt nichts Geileres, als einfach das Fenster nach dem Baden aufzumachen oder nach dem Duschen. Schrecklich, ja. Aber ja, trotzdem, die Wohnung war ganz cool, halt. Ein, ein Riesenzimmer, das konnte man dann so stellen, wie man wollte. Man kommt vom Bett aus Fernsehen, war halt so eine richtige Single-Bude oder Allein-Leb-Bude. 200 Yard. Okay. Kann ja nur England sein. Police. Unmarked Vehicles Operating. Oh, oh. Ich kann die Landschaft echt nicht zuordnen. Ob das jetzt eher Wales ist, ob das eher Birmingham ist, eher Manchester oder um Leeds. 30 Quadratmeter würden dir reichen. Ja. Also theoretisch mir alleine auch. Also zu zweit so 70, nicht? Das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Wert. Also oft sind Wohnungen viel zu groß geschnitten und haben einfach zu wenig Räume. Das ist ja eher das Problem. Was soll ich denn mit einem 40 Quadratmeter Wohnzimmer? Ich will lieber zwei 20 Quadratmeter Räume. Damit man ein Arbeitszimmer zum Beispiel extra hat oder ein Streamingzimmer. Und vor allem, wer braucht heutzutage eigentlich noch ein Wohnzimmer? Also ein Fernseher oder so, den könnte man heutzutage so gut wegrationalisieren. Das ist ein schönere Roadtrip hier, nicht? Das sind aber auch schöne Bilder. Sonniges Wetter. Da kriegt man richtig Laune. Ich will gar nicht rausgucken. Jetzt müssen nämlich schon wieder Gewitter sein oder Gewitter vorbei sein. A7 B710 Glovenford hilft uns glaube ich am meisten A1 A6 A5 A15 A7 hier oben und dann Glass Shields hierhin liegt Südosten. Also sind wir hier bei Edinburgh. Okay, und wir sind bei Boland oder Clovenfords. Clovenfords. A7 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 Sehen wir das? Es ist nicht doch da Clovenfords ganz dicht dran. Boah, das ist ja wirklich direkt da dran. Okay, es geht nach da hin und nach Harwick. So, wo ist Harwick? Harwick wäre nach auch Südosten. Okay, das liegt nach Westen und nach Südosten Harwick und Glass Shields. Harwick. Boland ist hier. Das heißt, irgendwo hier drüber sind wir. das passt auch. Hier ist der Fluss. Dann sind wir, hier ist das Café und die Galerie. Hier ist dieses Stowe Town Hall. Okay, dann können wir zurück und wir stehen, oh shit, wir kamen vom Nordwesten irgendwie hier ran. Anscheinend stehen wir irgendwo hier oben drin. Kacke. Wir haben kein Merkmal wo. Oha. Ja, aber wenn man hier rumfährt, oft steht hier auch überall dran zu verkaufen und dann denkt man so, boah, eigentlich könnte man da wirklich einfach sich was holen. Weil dann hätte man was nicht und wenn du hier irgendwo ein kleines Haus für 30.000 hast, wenn alles schief geht oder so, dann ziehst du in diese Bruchbude und ja, dann musst du da vielleicht mit Holz heizen, aber du hast wenigstens was. Okay, wir fahren die ganze Zeit nach Norden. Interessant. Und dann geht's runter in die Stadt. An den ganzen Schafen vorbei. Ich dachte, wir sind südlich gefahren vorhin. Norden, dann Nordwesten, dann eher Westen, dann wieder eher Norden. Boah, die Stadt war echt weit weg, nicht? Shit. Wie soll ich denn das identifizieren? Dann sind wir aber direkt am Haus. Irgendwo hier, wo kommt's denn jetzt? Genau, hier hinter, da ist das Haus. Das ist das Haus. Das heißt, wir kommen aus der Ecke, dann sind wir die gefahren, dann kommen wir von hier und stehen irgendwo auf dieser Straße. Wow. Shit. Nordwestliche Ausrichtung. Tja. Wir machen einen Bogen dahinter. Das macht die die ganze Zeit. Und da macht sie den Bogen dahin. Ich weiß, hält der Steine, der misst immer ab, wenn sich der Zeiger hier bewegt. Jetzt sind wir zum Beispiel schon in einer Kurve, der bewegt sich leicht. Jetzt sind wir gerade. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber wir sind eigentlich die ganze Zeit in der Kurve hier. Wenn man das richtig nimmt. Wir sind kurz auf einer geraden, aber eigentlich in einer Kurve. Aber es geht hart eher nach Westen, eher nach Westen als nach Norden. Und dann geht es danach noch stärker nach Westen. Das heißt, eigentlich sind wir in so einer Kurve. Das heißt, wir stehen hier. Obwohl, hier müssten wir stehen und dann geht es nach Westen stärker. Weil es ist nicht westlich genug. Dann stehen wir hier vielleicht. Oder wir stehen hier unten irgendwo. Aber hier müssten wir die Straße sehen. Gucken, wo diese Straße ist. Die müsste ja dann hier uns so eine Abschätzung geben. Die ist nicht weit weg von uns. Da ist sie. Elehorns. Elehorns, hier unten. Hier stehen wir doch. Krank. Okay, hätte ich nicht gedacht. Aber wie kann es denn jetzt sein, dass unseres nach Westen dann geht? Das gibt es hier doch gar nicht. Ist ja merkwürdig. was hältst du eigentlich davon eine Reaction mal auf irgendwas zu machen? Ist absolut nicht mein Content. Gucke ich auch gar nicht. Mich interessieren auch andere Menschen dafür zu wenig als dass ich auf irgendwas Reaction würde. Also wenn würde ich eher auf Tier Dokus Reactions machen. Aber ich finde zum Beispiel schade dass Gronkh inzwischen Reactions macht. Seitdem hat er so ein bisschen mein Interesse verloren. Er weiß mich einfach null interessiert. Also das ist wirklich da bin ich raus. So Gaming und so da kann ich eher was mit anfangen. Also wenn Maurice Weber so Gaming Talks macht oder so. Aber es geht echt krass nach Westen. Wo soll das sein? Hmm hätte ja gesagt dann sind wir hier aber das geht ja nicht. Die einzige Stelle die es gibt keine Stelle die nach Westen führt außer die hier. Das verwirrt mich total und hier das liegt in der Kurve ich guck mal vielleicht gibt es noch eine andere Straße die so heißt die geht ab nach kann ich nicht genau bestimmen aber eher nach Osten das passt schon nicht eher nach Nordosten ja weil die ist nicht so gerade sieht aus als ob die einen Bogen macht ist da ein Rabe krass doch ist schon gerade nicht dass das die hier ist und die auch Ellen Horse heißt Ellen Chance meine ich was steht eigentlich genau da Ellen Chance und dann geht es hier von dem aber ganz stark nach Westen rum also wir können nicht hier stehen das passt einfach gar nicht das hier passt es schon deutlich besser nicht das passt einfach sehr sehr gut wir müssen hier stehen weil dann ist die bezeichnung fehlerführend oder das Gebäude hier hinten zählt schon zu Ellen Chance weil das hier das Gebiet ist das ist natürlich schwer einzusehen und hier steht auch nichts dran oder so ah das ist mies hilft uns trotzdem immer noch nicht das einzuschätzen ich würde sagen aber wir stehen genau in der Mitte das wird schief gehen ich habe kein anderes Merkmal an dem ich mich orientieren könnte zwei Punkte liegen gelassen so dicht dran stehen wir aber das geht doch gar nicht wir fahren doch nach also irgendwas stimmt hier nicht mit dem Kompass weil die Straße war dann echt nach Westen ausgerichtet und die ist nicht nach Westen ausgerichtet ist das der Knick hier oder ist halt wirklich das das ist Nordwesten und die war nach Westen ja blöd gut 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 genug aber trotzdem schade so viel dazu dass man immer an Ecken startet nicht wenn wir hier gestartet wäre es kein Problem gewesen aber sowas ist einfach pain gut jetzt die anderen Runden interessiert mich jetzt schon gar nicht mehr weil ich gar nicht mehr die volle Punktzahl kriegen kann nicht bin ich schon richtig demotiviert Arizona Ingent Forest okay ich würde sagen das sieht auf jeden Fall hübsch aus wir haben Rechtsverkehr Arizona warum nicht Arizona ich glaube nur nicht dass es das Arizona ist es wirklich das Arizona hier das wäre hier unten also wir sind nicht in Arizona nicht es geht nach Arizona vielleicht sind wir Mexiko das könnte ich mir vorstellen und das geht nach Arizona weil es sind grüne Schilder nicht das macht mehr Sinn ich brauche das vor mit den Reactions ich meine so Sachen wie Seven Versus White oder gerade ich habe eine Serie entdeckt die heißt Manhunt oder auf ACTV wie Rosines Restaurant oder so oder Dokus ein Thema eine gute Doku die uns interessiert wirst du mit mir nicht hinkriegen ich würde das auch nicht nicht gucken also ich gucke so schon keine YouTube Videos ich gucke so keine Sachen das einzige was ich gucken würde wären ein paar Serien wie Star Trek und die kannst du halt nicht on Stream gucken da da würde ich zum Beispiel auf Star Trek Serie würde ich eine Reaction machen weil ich einfach cool finde aber alles andere auch auch hier wie heißt das Fire und irgendwas nee Reaction Content ist einfach nicht meine Art von Content dem wird es bei mir nicht geben ich habe den noch nie geguckt und den werde ich auch deswegen auch nicht selber machen dafür interessieren mich Sachen zu wenig was mich interessiert ist zum Beispiel wo der Ingenieurs Forest ist aber es gibt ja genug andere Streamer die Reaction Content machen und ich finde das zum Beispiel auch echt nervig wenn einfach alles voll mit der gleichen Reaction ist zum gleichen Thema und jeder muss seinen Senf dazugeben das ist einfach nur ermüdend ich kann nur Reaction drauf machen wie ich von Reaction genervt bin da sehe ich mich der Forest hat hier gar keinen Namen Sonora vielleicht sind wir auch ein bisschen weiter weg als ich denken würde war das Arizona Arizona Baricol Altar Agusara Santa Anna Kipulete Ok Agua Pirera auch nicht wichtig Janus El Paso auch nicht wichtig Fronteras Barquilote Barquilote Du bist ein Reaction Content Opfer Oh da haben sie dich ja dann kannst du aber noch gar nicht so viel gucken wie die an Content produzieren nicht wahr Merlot San Luis Cordoba wo ist denn Cordoba La Verde das Problem ist die Namen in Südamerika sind alle immer gleich nicht wahr Du hast immer Buena Vista Du hast immer Buena Vista Buena Vista Weiß nicht einen Lastpass hast du 1500 Mal Aber ist schön hier nicht Schöne Wolken so einen Tag hätte ich mir heute gewünscht Da hätten wir eine schöne Radtour vielleicht gemacht danach auf Stadtfest oder nur auf Stadtfest Ach Ich hoffe es gibt ein paar Wochenenden die so hübsch werden Ländlich meistens schön Es gibt auch hässliche aber ja meistens Wobei die Straße hier doch schon teilweise echt gelitten hat nicht wahr Aber deswegen spiele ich das so gerne nicht man guckt einfach umher rum und genießt diese ganze Ansicht ich fahre auch deswegen gerne Rad nicht einfach um so die Gegend zu sehen die Strecke zu fühlen so ein bisschen Da habe ich Reaction Ich muss aber auch sagen die meisten Reaction Content Hersteller die es gibt also es gibt Gute vielleicht aber die meisten die ich bisher irgendwie gesehen habe die lassen das Video laufen sitzen daneben ja oder nee das ist alles das die Reaction das braucht man doch nicht gucken also vielleicht ist deswegen auch meine Meinung so schlecht aber einfach nur das Video laufen lassen das ist so eine Verdummung an den Zuschauern da kann ich doch das Video alleine gucken um mir meine Meinung bilden da brauche ich doch nicht jemanden der einfach nur daneben sitzt vielleicht in der Nase popelt oder sich irgendwie Schipps währenddessen in die Nase Transporte Hotmail.com ganz wichtig Transporte de Nona Cent Nino und wir haben die was haben wir was ist das für eine Szene auf ein Don Asson Asensinio Transporte Auto wir haben ein Hühnchen zwei Kinder und jemanden der einen Mann in eine Tasche steckt sollte ich das hinterfragen ich meine gut immerhin steckt er nicht die Kinder in den Sack und haut ab das wäre noch weirder aber er entführt doch gerade den Mann ok wir fahren weiter wir haben nichts gesehen wir beteiligen uns einfach nicht dran zum Beispiel bei Seven Versus Wald fand ich die Reaktion der Teilnehmer interessanter viel zu erzählen haben was man so nicht mitbekommen hat ja gut aber das ist ja was anderes nicht also das ist ja ein Behind the Scene quasi das ist ja keine Reaction in dem Sinne sondern du kriegst mehr Information nicht eine Reaction ist ja du reagierst auf etwas wo du nicht daran beteiligt bist aber hast eine Meinung dazu das andere ist ja eher Behind the Scenes oder sogar Content der absichtlich schon vorher geplant wurde für die Serie das ist ja nochmal ein ganz anderer Tenor zum Beispiel ich habe Seven vs. White auch nur die Reactions wenn man sie so nennen möchte von Knossi gesehen weil das ist das Einzige was mich interessiert hatte und er hat ja die anderen Sachen auch immer schön weggeskippt weil war ja auch einfach nervig alles andere aber es waren ja dann nicht nur Reaction da wurden ja auch drumherum Sachen gemacht er hat noch sein Content durchgezogen das ist dann immer eine coole Sache auf jeden Fall Aero Galvez Aviation flammable das ist wieder so eine Kamera die alles verdoppelt nicht wir haben hier einen vierräderigen truck der inflammable ist und der ist übrigens inflammable sieht auf jeden Fall krass aus ist aber echt gut gedoppelt nicht man sieht es fast gar nicht nur an der Kante und halt an der Aufschrift aber hier unten da würde es wirklich denken der hat einfach da hinten vier Räder Seahawk 2 ja die war gut war zu wild die ersten waren richtig gut aber dann wurde es auch irgendwann nicht da hast auch gemerkt er hatte auch selber schon keine Lust mehr richtig und dann hat er sich auch immer ablenken lassen immer mehr aber Seahawk 2 ist auf jeden Fall ein Klassiker aber man muss auch sagen sie haben es auch einfach zu lang geschnitten das ganze Ding hätte sie in der Hälfte der Zeit noch geiler schneiden können und deswegen gucke ich dritte habe ich gar nicht gesehen vierte werde ich auch nicht sehen für mich ist das Format schon langweilig und tot und die ganzen B und C Promis die da reinkommen wenn man sie so bezeichnen möchte interessieren mich halt auch gar nicht dann kann ich auch Dschungel Camp gucken richtige Roadtrip Musik leider haben sie es kaputt gemacht ja aber das passiert ja ganz oft dass gute Sachen irgendwann kaputt gemacht werden nur heutzutage geht das halt viel schneller nicht früher haben Sachen nach zehn Staffeln irgendwann sich kaputt gemacht und Serien wie Friends haben es sogar geschafft über Krisen hinweg wenn man sich Friends mal wirklich anguckt gibt es eigentlich nur drei wirkliche Staffeln die anderen Staffeln bestehen alle aus Wiederholungen Zusammenschnitten und ganz wenig wirklich Content entweder von den Schauspielern oder von den Autoren oder von den Regisseuren das merkst du hat der Serie die ganze Zeit irgendwie an und trotzdem ist es mit die beliebteste Serie gewesen früher heutzutage undenkbar sobald da einmal gestreikt würde und ein halbes Jahr eine Folge ausfällt interessiert das Zeug keinen mehr weil drei andere Sachen interessanter sind und Geld Gier meistens ja das kommt noch dazu ich mein war ja in dem Fall auch nicht die wollten ja auch eine Million pro Schauspieler haben aber früher waren das halt auch andere Zeiten boah wie lang ist diese Straße fährt nach Süden Südwesten leicht Süd Süd west west da fragt man sich immer was einfach links und rechts muss ja irgendjemanden gehören und da wird und da wird nichts mit gemacht nicht wahr normalementer hat einen sehr komischen Kommentar gefunden angeblich für einen Montageständer für Fahrräder der Montageständer sei stabil aber die Gummierung ist innerhalb kürzester Zeit abgefallen weil die Nippel abgerissen sind ich hinterfrage diesen Kommentar auch nicht ok vielleicht fahren wir in die andere Richtung 42 Minütchen ich kann mal Travel Earth kann ich abhängen nicht spielen wir ja nicht mehr lösen für mich verbergen nein ich wollte es nicht für mich verbergen ich wollte es für alle verbergen diese Nachricht lösen ja ok wie weit geht ok wir sehen bis dahinten ich glaube da kommt nicht mehr viel Gobiero de la provincia san la policia mhm 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 also hier will ich nicht polizist sein muss ich gestehen komm wir dürfen 120 fahren also rast bitte nicht so schnell Inc Foster Arizona ich trinke nebenbei Prost darf man während der Fahrt am Handy spielen Bier nee nee kein Bier Bier gibt es nur frisch gezapft bei mir wenn ich zu Hause bin trinke ich eigentlich gar kein Alkohol mehr höchst mal ein Schlückchen Met oder so aber das alle und die nächsten Märkte sind erst nächstes Jahr also aber aus meinem Becher her trinke ich trotzdem gerne weil er einfach echt cool ist der ist innen drin nämlich so verzinkt oder so oder das einfach Aluminium aber von außen sieht da wie ein Holzbecher aus der ist von irgendeinem Schechen ja mal auf der ähm wie hieß das Ding Zitadelle in Spandau einen Stand hatte wirklich der hatte nur ein paar Becher der war ganz schmal der Stand ich habe den Becher gesehen und ihn gekauft und ich ärgere mich dass ich nicht noch den zweiten anderen Becher mitgenommen habe weil diese Dinger kriegst du nicht in der Form im Internet du kriegst Becher aber nicht diese Becher das ist echt beschissen oh da haben wir ein Schild attentione PJ ja Pfirsiche gibt es hier auch Boah wir sind aber auch in der Gegend wo einfach nichts ist außer Arizona und Anchorena vielleicht müssen wir mal in eine Stadt fahren oder so komme ich da irgendwie rüber ne komme ich nicht doch ich komme rüber okay auf jeden Fall andere Flaggen fahren wir mal in die Stadt rein also die ganze Zeit nach Süden nicht jetzt nach Westen Süd Süd West jetzt West das Lied passt auf jeden Fall auch aktuell läuft wie heißt das Lambada Oh hier haben wir was Friedhöfe endlich mal ein paar Gebäude nicht auch wenn es tote Gebäude sind Friedhof es gibt sogar in dem Spiel eine Stelle da war ich zweimal da kannst du weil der ist da mit einem Fotorucksack rumgelaufen auf war glaube ich ein asiatischer Tempelfriedhof rumlaufen am Meer das ist irgendwie so eine Touristenattraktion da irgendwo im südchinesischen Meer ich weiß nicht wo der Spot war Singapur Taiwan irgendwo dazwischen aber dauert echt lang das zu finden so willkommen in Anshorena uns begrüßen zwei Löwen das hat man auch echt oft 82 bis 20 23 Kriegsschiffe okay also die argentinische Flagge taucht immer öfter auf wenn wir jetzt noch eine Top Level Domain Omnibus aha Finn wäre ich glücklich dann würde ich mich von Mexiko nämlich verabschieden du findest Friedhöfe so schön ja dann beim WGT da gibt es ja richtig Picknick auf Friedhöfen auf ehemaligen und auch Friedhofs Führung in dem Rahmen dann wäre das ja auf jeden Fall was für dich aber kostet halt auch was nicht wie viel kostet da das Ticket 134 oder so muss man halt auch erstmal aufbringen gut dafür kannst du aber auch 200 Konzerte über 4-5 Tage besuchen oder so also dir wird dir auch was geboten aber du kannst gar nicht alles mitnehmen Avendo San Luisa Municipalidad Anchirena aha 100 Anos Anchorema Gar nicht so hässlich so mit diesen angelegten Parks sieht auf jeden Fall alles sehr sauber aus nicht sehr clean nix sieht kaputt aus es sieht ein bisschen Argentinien ok da haben wir unseren Hinweis Banco de la Naciona Argentinia sehr gut sieht halt simpel aus nicht sauber simpel das passt aber richtig zu Argentinien Mexiko wäre wesentlich dreckiger oder Kolumbien und sowas ok gothic hängen halt gerne auf Friedhöfen um ja also da muss ich sagen deswegen bin ich bei sowas raus das wäre mir nämlich zu viel ich weiß gar nicht was ich auf dem Friedhof sollte außer tot sein deswegen bin ich glaube ich da auch nie so hundertprozentig in irgendwas reingerutscht weil mich immer irgendwas gestört hat sei es bei weiß ich nicht Hiphoppern sei es bei Goss sei es bei weiß ich nicht Christen es gibt immer irgendwas was einen so davon abhält zu irgendeiner Gruppierung sich zu zählen dass ich mich ich zähle mich nicht mal zu Gamern weil Gamer komische Allüren haben Achorema hier ist Esperanza das sah nicht so aus nicht ist ein bisschen grüner ich würde schon sagen vielleicht hier wo es so nach Süden geht Süd Südost sind wir hier irgendwo ein Anchorema ich hoffe ich hoffe das nicht so klein aber Süd Südost Straßen haben wir da hinten schon viele hier ist aber auch ein bisschen grün Süd Südost wenn wir herausfinden welche Straße das ist wäre das einfacher ich glaube Anchorema ist jetzt auch nicht so klein die anderen Sachen die wir beim Start hatten irgendwas wird wird uns auch nicht helfen hier ist glaube ich zu grün oder das hier sieht mir irgendwie viel zu grün aus für die Ecke aber okay alle Straßen verlaufen quasi Süd Süd West nicht Süd Südost Warte mal und unsere verlief wie Süden Süd Süd West also so ah okay also in die andere Richtung geht's nach Nord Nord Ost das ist ja schon mal nicht schlecht das heißt alle anderen Straßen scheiße hallo moritz willkommen zurück im verzweifelten Finn von Anchorema aber wir gehen mal ganz zum Anfang zurück da steht doch stehen doch fünf sechs Namen jetzt wo wir wissen dass wir in Argentinien sind Arizona und Ink Forest Lauf Forest Lauf da vorne standen noch mehr ey er dreht mich wieder um okay was haben wir Merlot Merlot ist doch ein Wein Merlot Laverde Cordoba okay Cordoba gibt uns doch so eine halbe Richtung wo ist denn Cordoba irgendwo am Wasser oder Cordoba Cordoba hat man auf jeden Fall schon mal gehört hmm aber ist vielleicht nicht das Cordoba da wäre Cordoba wird aber leicht anders geschrieben aber vielleicht Google schreibt die Sachen manchmal eh falsch das ist dann Franzisko deswegen ist das auch nicht so hilfreich gut und die Straße geht Nord Nord Ost also könnten wir hier bei Villa Mercedes sein Rio Cuarato San Luis San Juan San Luis oh warte mal San Juan dann müsste ja jetzt hier Merlot kommen irgendwo hier wahrscheinlich Mendoza sehe ich ich kenne Restaurant Mendoza Mendoza hmm San Rafael aber das passt schon gut nicht da ist Malo okay eigentlich hätte ich gedacht das wird dann anders rangeschrieben ich hätte mich gedacht San Luis Merlot bla 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 Cordoba aber irgendwo in der Ecke hier werden wir also rumdümpeln also wirklich bei Villa Merced das in der Richtung da lag ich ja gar nicht so falsch eben als ich den Witz gemacht habe La Angelina haben wir La Verde ich frage es wenn wir hier irgendwo zwischen liegen boah das muss echt ein piskleines Dorf sein und das schon wieder in La Paz nicht La Cruz La Paz was mir nur fehlt Buone Vista würde ich gerne sehen auf der Karte das fehlt mir gerade so ein bisschen das habe ich lange nicht gesehen so ein Bella Vista Buone Vista Buone Vista da da seht ihr einmal rangezoomt schon ist ein Buone Vista in Her View wirklich überall ihr braucht einfach nur random ranzoomen in Südamerika Buone Vista Bella Vista sofort da nicht wahr geil danke du kamst im richtigen Augenblick hier Colorado ich meine so von der Region würde das hier schon gut passen nicht so von dem grün aber trotzdem nicht ganz grün wäre ich eigentlich dabei Nord Nord Ost Süd Süd West aber hier ist halt nichts auf der Route und sonst wenn wir irgendwo hier zwischen aber hier sind auch nicht die Städte die wir suchen Tessaro Oyo Villa Dolores da muss ich an hier diesen diese Serie denken West 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 World wie wie hieß das mit den Androiden Dolores da habe ich auch einen Schaden von der Serie die war auch sehr wild so weit können wir nicht weg sein oder also wir müssen hier zwischen sein obwohl das ist die eine Richtung vielleicht finden wir die andere Richtung vielleicht sind wir auch hier oben drin eher La Verde Nueva Gallia müsste ja die größere Stadt sein Nueva Gallia wenn das nach der selben Logik wieder drüben ist Nueva aber Ramon oder hier unten ich sehe weder La Verde noch irgendwas auf dieser Karte San Juan San Jose damit kann ich dienen habt ihr irgendwas gesehen auch noch nicht oder das Problem ist ich müsste jetzt wieder kilometerlang Straße fahren weiß nicht ob wir da mehr Hinweise kriegen noch ich glaube nämlich nicht wir werden einfach suchen müssen San Christobal das gibt es auch alle Nase lang nicht wahr ich hasse so eine Situation ist einfach scheiße wenn man nicht rum fangen kann um um Informationen zu kriegen San Bernardo Argentina warte mal hier Argentina nee äh wie hieß es Arizona nicht Arizona war noch in der Nähe WB normalement und wir hatten noch irgendeinen Forest ist vielleicht können wir an dem uns orientieren aber die sind nicht eingetragen hier nicht die Nationalparks auch scheiße E mh 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 Bis dann, Seelentrost. Husch, husch. Ich werde mich noch zu Tode suchen. Ja gut, aber es hilft nichts, nicht? Wir haben nur den groben Umkreis von mehreren hundert Kilometern, in dem wir sind. Das kann auch hier unten sein und die geben die Städte da oben an. Und solange ich nicht eine Stadt der anderen Seite sehe, wie La Verde, hilft mir das halt gar nichts. Tja, Raffaello, Goya, Argentinier, Famosa, Zolta, La Oñon. Ich meine, wenn es Mendoza wäre, dann würde ich auch Mendoza angeben, nicht? Das heißt, wir können eigentlich eher nur in dieser Ecke sein, wo dann nix ist. Und dann hätte ich erwartet, dass ich die Na... Also ich schreibe das hier nicht ran, wenn das nicht auf Karten eine Relevanz hat, nicht wahr? Problem ist, hier gibt es sehr viele kleine, unbedeutende Orte. Und wenn ich ranzumme, kommt noch mehr dazu, nicht? Das ist halt... Und dieser, ähm, Ancho Rehner war echt auch nicht riesig. Die Ausrichtung der Straßen sind auch alle gleich. Daran kann ich mich also auch nicht irgendwie orientieren, dass da eine... Ah, die verläuft Nord-Süd oder so. Das hilft auch alles nicht. Einzige, was ich sehe, ist... Cordoba, Merlot und, äh, San Luis, nicht? So. Jetzt ist die Frage, sind wir dazwischen? Die anderen führen ja auch nach Norden. Hm. Steht hier irgendwas? Was? Okay, wir sind in der Großregion San Luis anscheinend. Die können wir eigentlich ja nur auf dieser Straße hier sein. Bei Dolores. Und die geht jetzt schon in die falsche Richtung. Oder halt auf der hier. Und die geht jetzt zu sehr nach Norden. Oder gibt's noch einen San Luis? Das kann natürlich auch sein, dass es nicht das San Luis ist, nicht wahr? Boah. Das ist noch ein San Juan. San Salvador. Santa Fe. Vielleicht sind wir in die Richtung. Hier ist halt einfach gar nichts, nicht? Auf den Wegen und Straßen. Und hier unten ist dann Raphael. Union. Wir können ja mal in die Richtung hier fahren. Arizona und Ing Forster. Forster. So, vielleicht steht hier. Anshorena Victorica. Nueva. Galia. Okay, Nueva Galia. 74 Kilometer. Boah, was sind denn das? Das sind krasse Dimensionen hier, nicht? Ich meine, das hier sind 20 Kilometer. Und in 74 Kilometern liegt Nueva Galia. Das heißt, in so einem Umkreis. Ich würde ja vermuten, Nueva Galia müsste dann irgendwas Größeres sein. Aber wahrscheinlich nicht mal Victorica. Hier. Da unten sind wir. Krass. Und die geben das an auf der Route. Obwohl wir hier unten sind. Also, da ist Ankorena. Direkt gefunden. Da ist Arizona. Und da stehen wir. Da ist die Polizia. Boah. Ja, wirklich. Also, diese Straßenschilder stehen sogar genau dort. Anders wild. 12 Meter. Boah. Gut. Ich würde sagen, den zweiten Teil machen wir in der zweiten Folge. Gut.